So, wie bereits gestern angekündigt, geht's heute wieder in eine Challenge. Die da wäre The Tank, weil die vierte haben wir nicht freigeschaltet. Die schaltet man, glaub ich, frei, wenn man... ...wenn man... ...das Herz oft genug noch tötet. Bis man It Lives freischaltet. Wenn ich nicht irre... ...bin mir nicht 100% sicher. Aber ziemlich. Gut. Nein! Da komm ich nicht dran, weil ich nicht fliegen kann. Geh weg. Und du auch. Ich mach keinen Schaden, stimmt's? Naja, relativ. Aber ich bin übertrieben langsam. Wegen dem Equip, was ich habe. Äh. Ach, ich kann Steine kaputt machen. Stimmt. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Du da oben, stimmt's auch. Hä, hab ich ein halbes Jahr die Schaden genommen? Ja, jetzt ja. Aber ich mein, davor. Ne, mir haben anderthalb jetzt überhaupt gefehlt. Okay. Na gut, jetzt hab ich voll. Wir schauen uns trotzdem nochmal um. Das ist gut, dass ich Steine kaputt machen kann. Äh. Vielleicht sind hier noch blaue. Irgendwo. Die man gebrauchen kann. Für blaue Herzen. Ähm. Ne. Doch, das ist ein blaues Herz. Ohoho. Das ist gut. Aber ich brauche Damage Upgrades. Die wären gut. Da ist sogar auch noch ein blauer Stein. Perfekt. Oder auch nicht. Weil er eine goldene Dreckskiste hat. Nicht. Wobei ich keinen Schlüssel dafür hab. Egal. Kann man nichts gegen machen. Also geht's tiefer. Ich glaub, ich muss nur einen Namen besiegen, oder? Ja. Curse of the Maze. Ja, ich bin unten reingegangen und bin oben rausgekommen. Links. Von dem Raum. Aber gut. Schauen wir mal. Oh, ich hasse diese Viecher. Die nerven tierisch. Stirb. Oh. Ja. Neck mich doch. Warum haben die auch so viel HP? Ich versteh's einfach nicht. Alter. Könntest du mal aufhören? Stirb. Danke. Ich versteh echt nicht, warum die so viel HP haben. Yeah. Blaues Herz. Haben wir hier irgendwie ein Item, was das erhöht? Nö. Ich hab einfach Glück. Okay. Oh, noch ein blauer Stil. Also. Von Herzen ist alles sehr gut. Wenn ich jetzt noch die richtigen Items kriegen würde, dann wär alles perfekt. Nein, nein, nein. Geh. Geh weg. Genau deswegen. Hier ist der Bossraum. Ich würde dann schon gerne noch wissen, ob einfach blaue Steine sind. Oh Gott. Oder sowas. Ich glaub, das ist das erste Mal, dass ich sowas gefunden hab. Das ist so ein, äh... Weg, der entweder... ein... Itemraum wie im ersten Zelda beinhaltet. Oder... Er führt zu einem schwarzen Markt. Ein Item. Oh Gott. Ist das natürlich nur Pseudo-2D, weil man hier in der Luft... Hä? Die haben's geändert? Cool. Vorher konnte man hier... laufen, dass das eine ganze Fläche war. Anscheinend haben sie es doch ein bisschen geändert. Vorher war's echt so, dass man... dass das so eine Ebene wie hier ist, nur mit dem Design. Bin mir ziemlich sicher. Weil ich immer in der Luft gelaufen bin. Oh, nice. Ja? Werde langsam. Du kriegst mich niemals. Und... Tod. Und... Lemon Party. Okay. Gut, jetzt will ich mehr Karten bekommen. zack. Na, kein blaues Herz. Und nur ein paar Spinnen. Äh. Hat sich nicht gelohnt. Hier könnte der Geheimraum sein. Oder auch nicht. Oh, ich hasse... Curse of the Maze. Ist einfach nur nervig. Mehr nicht. Dann ist er hier. Äh. Wenn er da auch nicht ist, dann... Keine Ahnung, wo der sein soll. Stört Monstro. Ich hoffe, ich krieg Teufelsraum mit Schaden zu upgrade, ey. Das geht ja gar nicht. Das ist echt schlimm. Dieser Low Damage. Grimstorm wäre cool. Zum Beispiel. Oder wir kriegen erstmal so ein Schadensupgrade und... Fliegen. 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 Ja, ich hab genug Herzen. Kann man sowas auch mal nehmen. Wenn ich jetzt nur 3, 4 rote Herzen hätte, äh... Wär schon... Schwieger mit der Wahl gefallen, aber... So. Ja, das ist besser als das Herz. Das ich kaum brauche... Ach, hier sollte ich mal vorbeischauen. Ne. Nur eine normale Kiste lohnt sich nicht. In meinen Augen. Da unten ist wieder ein blauer Stein. Perfekt. Geht sterben. Das ist so ein Gegnertyp, den ich überhaupt nicht leiden kann. Weil die so random... Weil die so random... Immer rumlaufen. Immer rumlaufen. Wie viel Schaden mache ich jetzt? Drei Balken. Okay. Boah, können die immer aufhören. Danke. Scheiße. An die Pilze muss ich denken, dass ich da nicht wieder... Einfach... Gegenlaufe. Wie im letzten Part. Schauen wir mal vorbei. Das nehmen wir mit. Das... Hatte ich das schon? Gewirkt auf, dass wir... Äh... Items immer doppelt bekommen. Also doppelte Bomben. Doppelte Münzen. Doppelte Herzen. Bei blauen Herzen nicht. Da gibt's sowas nicht, aber... Oh Gott. Ein Doppelboss. Ja, da. Doppelherz. Ähm... Da sind noch ein paar Räume. Ich hoffe ja immer auf... Blaue Herzen. Irgendwie. Und Stachelraum ist für uns jetzt auch... Besser. Oh Gott. Oh Gott. Nicht ihr. Nicht ihr. Wittköpfe sind... Scheiße. Ich mag sie nicht. Doppelschlüssel. Und ein paar Badlicker noch. Also ich weiß nicht, ob die wirklich so heißen, aber... Ein Kollege von mir hat sie immer so genannt. Deswegen. Na gut. Wenn's so ein halbes ist, wird's nicht zum Ganzen. Nicht mal ein Stachelraum. Schade. Mit Fliegen wäre da jetzt viel besser. Aber gut. Kann man nichts daran ändern. Auf zum Boss. Gott, brauche ich lange für die ersten Ebenen. W-W-Wa. Nimm Lemon Party. Danke. Keinen Raum? Ich hab doch nicht mal Rote Herz... Schaden genommen. Ah. Okay. Dann eben. Nicht. Dann eben. Was haben wir hier? Oh. I found Pils. Und... Bad Gas. Was ein Waste. Die Wahrscheinlichkeit, dass man da Herzen drin findet oder ein gutes Item, ist relativ hoch. Aber... Eben nur relativ. Ja, los. Geht mir nicht auf den Sack. Oh Gott. Oh Gott. Wie ich mit dem Raum überhaupt nicht klarkomme. Äh. Oh Mann. Der Raum war jetzt... Böse. Böse zum Quadrat. Hier wo, Fand? Nee, Dev. Der dürfte eine Münze geben. Oder eine Batterie. Okay. Ich dachte eigentlich, dass es Gelbmünzen wären. Aber gut. Oh Gott. Gut, dass mich die Pilze schützen. Irgendwann mal hier und einmal da. Leider kein Item. High Priestess. Verdoppelt. Das im Raum. Oh Gott. Friss den. Das muss jetzt sein. Und tot. Zack, zack, zack. Ich hätte diese Gelbm benutzen können, aber... Ich will das für blaue Herzen nutzen, wenn es geht. Waaaaah. Ach, ich soll Death mitnehmen. Gelbm mir dann erst holen, wenn... Wenn ich sowas finde, weil High Priestess ist für einen Boss... Besser, in meinen Augen. Äh. Oh. Stirb doch. Danke. So, einmal außenrum. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn ich über den Abgrund fliege, dann spucken die nicht, oder wie? Oh Gott. Nicht Recap. Ach komm, leck mich. Danke. Ist das ein einfacher Raum? Also... Das mit blauen Herzen wird irgendwie nichts. Hm. Das Spiel rollt. Naja, zwei Räume. Oh. Hm. Da hat man schon die Chance auf irgendwas Gutes. Und dann ist das schon Quatsch. Ah. Oh. Ah. 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 Stopp. 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 Ey. Jetzt kriege ich erst recht keinen... Teufelsraum. Aber gut, ich wusste nicht, dass der auch selber noch explodiert. Weil die Farbe sah nicht für mich danach aus. Ja. Dann lassen wir das liegen, das Abudence. Und nehmen einfach... Die High Priestess. Obwohl, High Priestess nehmen, zurückgehen und selber nehmen. Wenn der Boss nicht eh viel zu einfach ist und ich High Priestess nicht brauche. Aber das werden wir jetzt sehen. Ähm. Ja, hier bringt High Priestess noch nicht mal richtig viel, oder? Ah. Ja. Außer, die wären beide zufällig an der gleichen Position. Ja. Das war mir klar. Das ist gut. Ich hole mir Trevor. Und dann geht's schon in die Tiefen. Wenn nicht... Necropolis kommt. Oh Mann, oh Mann. Aber wir werden sehen. So. Boah, was für ein hässlicher Raum. Aufteilung. Am Anfang schon. Den machen wir kaputt. Kriegen zwei blaue Herzen. Das gefällt mir. Ich bin auch dumm. Und hab vergessen, das zu verdoppeln. Ah. Ah. Jetzt hab ich das bekommen, wofür ich's wollte. Und hab's nicht benutzt. Ich bin geistig behindert. Ah. Oh Mann, oh Mann. Los. Stirb. Das war jetzt wirklich die sehr dumme Aktion von mir. Ne, hier ist keiner. Oh Gott. Oh Gott. Ah. Das war gut. Ja, dass der noch länger lebt, ist mir schon bewusst. Ich kann's nicht sehen, dass der noch nicht nur ein hässlicher Raum ist. Das ist gut. Stirb. Hier dürfte ich... Warum ist das nicht ein Raum, wo man automatisch schon ein Herz bekommt? Er hat immerhin die Form wie ein Herz. Bitte, 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 bitte. Hm. Jetzt hab ich's natürlich verdattelt. Außer, mir noch ein blaues Herz. Ja, komm, egal. Zack, 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 zack. Ich seh schon, jetzt krieg ich bestimmt noch ein Raum, wo ich zwei blaue Herz bekomme. Und hab jetzt die Karte benutzt. Äh. Ja, mehr oder weniger Karte benutzt. Oh Gott, echt jetzt. Ach man, ich hasse Knights. Beziehungsweise Knight-Köpfe. War auch nur aus der Tatsache hinaus, dass die nur von hinten attackiert werden können. Näh. So, stirb. Stirb. Ach, da leben noch zwei. Oh, Mann. Da bin ich direkt reingeflogen. Die hasse ich. Die brauchen habe. Dinger. Destruction. Ja, Destruction brauche ich jetzt nicht mehr so extrem. Oh, Mann. Nein, aufhören. So. Also, Destruction bringt den Katakomben oder Case immer mehr. Aber gut. So, noch eine Hand. Gibt's noch eine? Ich hab keine Ahnung mehr. Ne. Ja. Der ist tot. Der ist tot. Der ist tot. Fehlt noch der eine. tot. High Priestess. Äh. Ja, das bin mir natürlich schon viel mehr als Destruction. Ach, aber ist ein Geheimenraum. Hab ich gar nicht gerade mitbekommen. Ah, ja, brauche ich nicht. Oh Gott, echt jetzt? Geht euch doch mal ganz gewaltig ficken, ey. Ja, genau. So was brauche ich dann auch noch. Echt jetzt? Nein. Stirb. Ja, den können wir also was ruhig geben. Und. Oh Gott. Schlüssel. Schlüssel. Vier Schlüssel. Noch mehr Schlüssel. Moment. Ah, so. Dann fliege ich direkt nämlich gegen ihn. Mehr habe ich momentan nicht. Gut. Erstmal weiter. Der kann auch ein Item geben, aber es dauert immer Ewigkeiten. Bis der ein Item gibt. Oh, da haben wir wieder zwei Schlüssel für den. Brauche ich die jetzt wann hätte, das ist gut. Das gefällt mir. Oh Gott. Oh Gott. Achso, ich hab doch die. Jetzt hat er noch mehr Schlüssel für ihn. Ha. Dann kriegt er jetzt vier Schlüssel noch. Falls er noch so viel will. Ich werd's ja sehen. Das hat sich ja mal gar nicht gelohnt, so viel in den reinzustecken. Aber gut. So. Ach, komm. Nimm das auch noch. Und sei tot. Oh, Halo. Noch ein Stats-Up-Dings. Das nehmen wir auch. Also wenn ich jetzt noch verkacke, bin ich ein Noob. Vor allem die Challenge, die nur noch bis Mom geht. Zu verkacken. Dann sollte ich mir wirklich Gedanken machen. Äh. Wow. Ja, ich hab nicht drauf geachtet, dass der hier doppelt, äh... ist, obwohl der von hinten angreift. Hä? Hä? Ich brauch doch momentan gar keine blauen Herzen. Was geh ich denn da hin? Keine Ahnung. Es war so Macht der Gewohnheit. Tod, tot, 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 tot. Und da rum. Oh nein, nein, nein. Ja, so viel zu. Ich brauch keinen blauen Herzen. Tod, tot. Schlüssel. Mann, 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 Hitten. Echt jetzt? Okay. GG. Also, wenn ich jetzt noch verkacke, dann bin ich wirklich ein Ultranub. Sollte aber nicht passieren, also. Ich würde mir Gedanken machen, wenn ich das verkacken sollte. Oh, eine Bibliothek ist da auch noch. Interessant. Ähm. Wie hat Dings das genannt in seinem Dings? Ah, ich weiß es gar nicht. Okay, wir gehen direkt zum Mann gleich. Ich weiß ja, er hat jetzt nicht Bibliothek genannt. Ach, das ist noch nicht mal Bibliothek. Oh. Dann so ein hässlicher Raum. Der total unnötig ist. Okay. Zack. Bäm. Sieg. Wir hätten sogar noch ein Damage abgewürfen. Jetzt ein Boss war schwer cool gewesen, aber ich war etwas zu lahm. Was wäre noch ein paar Räume gewesen. Nun gut. Morgen gibt es dann wieder einen Mann mit irgendeinem Charakter. Ich muss ja irgendwie noch Samson, Kane und so freischalten. Auf jeden Fall bis dahin. Ich bin dann Kane, Diana Jones.